Messerattacke auf Stadtfest, Todesopfer und Verletzte, Polizei löst Großalarm au Solingen, bei einer Attacke auf der 650-Jahr-Feier der Stadt Solingen hat es am Abend Tote und Verletzte gegeben. Die Tatwaffe sei mutmaßlich ein Messer gewesen, hieß es aus Polizeikreisen. Die Polizei löste Großalarm aus. Hubschrauber sind in der Luft. Aus Polizeikreisen hieß es, es gebe noch keine Festnahme. Beamte stehen aktuell mit Waffen am Einsatzort und sichern diesen. Es gibt Absperrungen in der ganzen Stadt. Sichtschutzwände sind aufgebaut. Tatort ist der Frohnhof, ein Marktplatz in der Innenstadt von Solingen. Dort steht eine Bühne für Livemusik. Laut Solinger Tageblatt haben die Behörden die Solingerinnen und Solinger gebeten, die Innenstadt zu verlassen. Das Festival sei vorerst beendet. Sirenen sind rund um die Innenstadt zu hören. Der Rettungsdienst kämpfe derzeit um das Leben von neun Menschen. Philipp Müller, einer der Mitorganisatoren, erklärte dem Bericht zufolge auf der Bühne, dass der Rettungsdienst um das Leben von neun Menschen kämpfe. Tausende Besucher folgten demnach der Aufforderung, den Platz ruhig zu verlassen und nicht in Panik zu verfallen. Die Menschen sind geschockt, aber friedlich vom Platz, berichtete Müller der Zeitung. Eine Reporterin des Solinger Tageblatts schilderte, die Stimmung ist gespenstisch. Binnen weniger Minuten sei die ausgelassene Feierstimmung in Schock umgeschlagen, ihr seien Tränen überströmte Besucherinnen und Besucher entgegengekommen. Aus Anlass des 650. Geburtstags der Stadt Solingen hatte am Freitag ein Festival der Vielfalt begonnen. Es sollte bis Sonntag dauern. In der Ankündigung heißt es, Solingen-Mitte wird dabei zur großen Festmeile, vom Neumarkt über den Fronhof bis zum Mühlenplatz wird gefeiert. Untertitelung des ZDF, 2020